Hallo, ich bin Elia Sambarek und ich spreche Paddington, den kleinen, tollpatschigen Gentleman im gleichnamigen Kino-Highlight. Ab dem 4. Dezember im Kino. Dieser Bär schläft bei niemandem. Er geht auf den Dachboden und ihr schließt alle die Türen ab. Ich kann nicht das Geringste über einen englischen Forscher in Peru finden. Natürlich kannst du das nicht. Wieso nicht? Er denkt sich die ganze Sache doch nur aus. Genau die Art von rührseliger Geschichte, auf die deine Mutter reinfällt. Oh, 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 halt! Das ist nicht fair. Ob das fair ist? Du hast einfach wahllos irgendeinen Bär mit nach Hause geschleppt. Hey! Das ist sowas von peinlich. Du hättest dasselbe getan. Wir beide sind uns ähnlicher, als du denkst. Oh. Was soll das werden? Das Gewitter ist im Anzug. Oh, Sie und Ihre Knie. Ich kann Ihnen felsenfest versichern, Mrs. Byrd, dass es hier im Haus nicht regnen wird. Oh nein. Wolkenbruch, Ahoi! Mr. Brown, sind Sie doch dran? Ja, hallo. Ja, das klingt gut. Nein, 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 lesen Sie mir nicht die Vertragsbedingungen vorsetzen, die Sie so schnell wie möglich in Kraft. Nein, nicht wieder die Warteschleife! Paddington! Was ist denn da so los? Äh, nichts. Äh, ich hab nur ein klitzekleines Problem mit den Artlichkeiten. Äh, schönes Wetter für die Enten? Das war unglaublich. Äh, ich hab nur ein klitzekleines Problem mit den Artlichkeiten. Äh, ich hab nur ein klitzekleines Problem mit den Artlichkeiten.